Sie ist die wohl prominenteste Germany's Next Topmodel-Kandidatin und sorgte gleich zu Beginn der 14. Staffel für einen Aufreger. Enissa, 24, ist die Freundin des bekannten Influencer Simon Deswee, 27, und dreht gemeinsam mit ihm YouTube-Videos. Nicht nur ihr Freund. Sondern auch die schöne Schweden selbst ist im Netz ein Star. Mit sexy Fotos begeistert sie auf Instagram ihre 432.000 Follower und präsentiert ihre perfekte Welt. Germany's Next Topmodel 2019, Busenblitzer bei Influencer Enissa. Alles andere als perfekt lief bei der ProSieben Show Germany's Next Topmodel allerdings Enissas erster Wug. Als ihr auf dem Laufsteg ein Sänger Nico Santos vorbeigeht und sich von ihm zu einer Drehung hinreißen lässt, vergisst die 24-Jährige, dass sie unter ihrem weißen Bläser weder ein T-Shirt noch einen BH trägt. Und so kommt es, wie es kommen musste. Enissa verliert die Kontrolle über ihren Bläser, und eine Brust blitzt heraus. Sehen Sie die pikante Szene im Video und erfahren Sie, wie die Kandidatin mit dem Missgeschick umgeht. Musik